Schlage und warum hat er die ganze alte Klassiker wieder aufgenommen? Ich mache Schlage, weil ich liebe Schlage und ich stehe wirklich dazu. Ich finde es auch nicht peinlich, ich finde es super und ich liebe es, Leute wie euch zu sehen, wie ihr alle mitschwenkt und glücklich seid und einfach nur Spaß habt. Das ist der Grund. Zweiter, warum ich alte Lieder genommen habe. Es gibt so viele alte Lieder, die wir als jüngere Menschen noch kennen und ich finde, wir sollen das irgendwie nochmal aufnehmen, dass die Leute auch in jünger Generation, auch die ältere Generation wirklich mittanzen kann und das alles genießen. Also ich gehe dir jetzt Autogramm, ich hoffe, dass ihr alle bleibt in Autogramm Hartmut. Vielen lieben Dank nochmal und ich setze mich hin. Ja, schrecklich.